Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Gameplay Video, diesmal mit dem Ghost, hallo? Moin moin! Nicht wundern, es ist ein bisschen speziell. Du kannst beginnen. Okay. Wie! Die Kamera, wenn ich mitkomme. Ja, das geht normal nicht so. Also nicht wundern. Er ist ein Profi. So, wunderbar. Direkt mal da etwas gemacht. Ich suchte überall nach kleinen Autos, aber die wollen nicht spawnen. Deshalb muss ein etwas grosses her. Machen wir ein paar Stunts oder suchen wir direkt mal noch kurz einen Glitch. Am besten fahre ich mit dir mit. Damit es ein bisschen schneller geht. Kannst du noch mal einen Trick zeigen. Hier war es am besten. Macht schon viel mehr Spaß ein bisschen schneller zu sein. Genau. Die Chance. Oh, nicht englisch. Oh. BANG! Wunderbar. Ach, das Leben. Das ist auch gut. So gut. I like the blabstabler, hehehe Oh, that's Sam Was? Gang-Mitglied? Ah, Gang-Krieg. War nicht zu sehen, der Autobahn. So, jetzt noch hier unten auf der Autobahn. Genau, das sind diese gelben Stoppe. Also hier mal kurz stoppen. Weißt du, was du machen musst? Ja, dann mach du. Dann mach du. Ja. Ich bin halt einfach ein... Ja, machen wir das halt dann mit diesem Auto. Ja, ich kann eben nicht. Du musst es an einem anderen Auto, an einem NPC-Auto machen oder so. Ja, machst du. Du weisst ungefähr, wie ich es gesagt habe. So, oder? Ja, es ist... Es ist, glaube ich, eher von der Seite besser. So rein, wie die hier zu sehen sind. Weil die sind ja beweglich und da hat Rockstar irgendwas vergessen und macht sie dann zu Monstern. Also, sie werden extrem verschoben und so weiter. Das sollte gehen. Ja, sonst sollte er einfach mehr nach links drehen. Äh, jetzt sind sie wieder aber ganz. Auf einen gross. Der da unten nebendran ist kleiner. Ja. Aua. Herumlegen. Oh, du hast die ganze Mauer aufgerissen. Lol. Na? Ist das so hohl? Ja, mega hohl. Ja. Also, mach mit Schanzen. Wie? Du kannst doch Schanzen an die Autos machen. Wie? Das hatten wir doch damals gemacht mit Köpeln. Warte. Genau. Und jetzt musst du einfach nicht... Also, dass die... Das Teil auf der Schanzen legt irgendwie. Bisschen mehr ran. Also, dass du ankommst mit dem Auto. Genau, jetzt. Wunderbar. Monster. Einfach von verschiedenen Richtungen machen. Hahaha. Jetzt kannst du sie ranziehen. Ahhhh hässlich! Wee. Einfach genial. Gehen wir kurz auf die Brücke, da sieht man es besser von oben. Einfach von anderen Seiten auch, von der Ecke. Also. Ganz eckig. Ah... rückwärts so arme sie sehen aus wie spinnen spinnenbeine ja genau so mitnehmen also mit schleifen dass du richtig von der anderen seite hochzieht dass man hier nicht auf die denken kann ich würde gerne noch ein bisschen mehr zeigen können nicht nur gütter ja baby wie gross mega gross geworden jetzt glaube ich noch wie die heißen sind aufprallschutz glaube ich oder so können wir das aufprallschutz glitschern nennen oder monster glitschern naja den autobrenscher genau so dachte ich nicht dass ich hängen bleibst wooo megamonster heftig er sieht mega cool aus gerade er ist reingerast oh jetzt hast du das kleine gemacht oh wie das aussieht wie eine spinne oder ein skorpion oh ja jetzt ist es krass die ganze wache ah das ist so heftig man schnau oh Moment, jetzt ist er wieder zurück. Ah, fuck. Das geht sicher noch anders. Also, ich hätte manchmal acht oder neun, ja, zehn Arme und so weiter. Wieso ist das Stacheldraht? Das ist im Strassenschitz, ist das Stacheldraht. Da wird doch niemand hochgelöttern. Wie geht so viel Blut? Da kommt wieder runter. Ja, ja, Ghost. Komm, das ist so viel machen. Ach, schön. Jetzt hat er vier Arme. Da drogst du irgendwie das Falsche verstanden. Bei der Entwicklung von diesen Tanks. Oder das Spiel wollte es anders. Aber... Einfach nur genial, was mit denen passiert. Und die gibt es überall. Diese Aufbrauchschutz. Oh, jetzt sieht's cool aus. Wie ein Raumschiff. Wie ein Hyper Speedboot. Auf dem Flugzeug. Oh Gott, das riecht's dort. Wie ein Flügel. Von einem... Badmobil. Badmobil. Badmobil gegen Badmobil. Ja, jetzt hat's mehr Arme. Also sie sind noch vorne ein bisschen. Dick. Zwei, vier. Oh, jetzt ist's abgestürzt. Geht's ja mal wieder. Ja. Dann eher halt ein kürzliches Video. Zehn Minuten. Aber wir machen direkt noch eins. Bis später. Wenn ihr das wieder seht. Tschüss. die Wettbewerbe mit uns bef摑en. Zeit nur seine Lebens Professor. Dann kriegen diese Wettbewerbe nach.